Also mit Sicherheit so, dass man oben mehr sieht, aber dass man dann natürlich auch in der Halbzeit ein, zwei, drei Dinge noch ansprechen kann, wobei die jetzt auch Schule angesprochen hat. Deshalb habe ich das vorher nicht so dramatisch gesehen und sehe es im Nachgang auch nicht als so dramatisch ein. Und deshalb ist es jetzt auch nicht so, dass ich mich freue. Ich habe mir zwei alkoholfreie Bier oben reingeknallt in der Losche und da war es schon ein bisschen ruhiger.